frag mich wo hier was sein könnte denn ist da drin was und schlange ich glaube so eine schlangenmission hat man noch nie dass meine einfach müssen hoch die flaschen ja okay ich sag vielleicht mal sie erst mal am boot lassen und dann erst mal dass die person an sich herausfinden das mit flaschen hat sich so doll um wen gut wird gemacht flie wo bist du wo ist er ich bin auf den stein und ich muss die dinge mal abladen meine waffe zücken oh schau dir mal lebst du noch ja so ha quarkens vor sind wir und diese person ich frag mich wo die ist keine ahnung irgendwo auf der insche die eine blau schwarz gepinkte streife habe ich irgendwo gesehen blau schwarz gepinkte streife ich hab hier oben ba 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 ich hab schon wieder meine eine was wertvolles gefunden eine flaschenpfost wieder mal nein huch aus hier zweck die schlange toll sie ist die schlange weg können die schlangen sich eigentlich verzwiebeln weiß ich nicht da ist es leuchtfeuer beim vulkan waren wir bis jetzt auch noch nicht das finden der person an sich und so weiter wird eines der sachen sei weil weil da oben waren wir vorhin also sehen tue ich jetzt mal von oben nicht ja generell wir müssen unbedingt zum vulkan und die schlange der vorhin mir ist vorhin der schlange begegnet gell jetzt nicht mehr jetzt sehe ich gar keine mehr das ist immer so das ist so das ist was ist im hintergrund seht ihr die hört ihr die synchronstimme aus Portal 3 kommt bald oder Valentin Portal 3 Synchronstimme 1 2 1 passt hey video ist willkommen toll das hört sich 1 2 1 so an weil du hast vergessen Autotune auszumachen ja diese fiesel 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 hm 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 Was wohl das hier für Kreaturen waren? Ich frage mich echt, diese ganzen Skelette, die auf der Insel verteilt sind, stell vor, die gäbe es. Als Tiere, oder würden nach und nach ein Spiel... Ja, eigentlich schon, oder? Ja, schau mal, es gibt doch, und es gab auf den ganzen Inseln, gell, verteilt diese Sachen, zum Beispiel Kraken, gab's ja nicht, die kamen ja nach und nach an, gell, oder der Megalodon. Es gab damals, also es gibt da auf den ganzen Inseln so Malereien, auch von einem Riesenhai, und jetzt ist sie ja drin. Stell dir vor, diese ganzen Malereien, oder diese ganzen ausgestopften, oder diese ganzen Skelette auf dieser Insel, diese ganzen Tiere, oh, ich hab eine gefunden auf der Insel, die kommen ins Spiel noch rein, stell dir das mal vor. Der Name ist wer? Und sag mir wo. Okay, aber stell dir mal vor, die kommen noch ins Spiel rein. Der Name ist Luton Penelope. Das ist sie. Wo hast du sie gefunden? Heilige Scheiße. Komm lieber nicht zu der. So, was? Wenn die lacht, dann geht die Sonne unter. Ähm, andere Seite der Insel, komplett. Kannst du irgendwie da mit der Laterne ein paar Leuchtignale bitte machen? Ich seh dich sonst nicht. Ja, könnte ich machen, mach ich auch gleich, warte. Party, Party, la 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 la. Und siehst du's? Ich bin, glaube ich, da in der Sackgasse laufen. Ich bin noch gerade irgendwo, ich weiß nicht, wo ich gerade hier befinde. Komm mal auf diesen Berg drauf, da wo dieser, keine Ahnung, Höhlen-Durchgang ist, über auf die Bergbrücke da. Oder zum Leuchtfeuer, wenn du zum Leuchtfeuer kommst, dann... Da ist einfach auch ein Blumen noch drin, richtig? Ja. Es ist verdammt dunkel hier. Oh, wieder Wolken. Und siehst du mich? Ich bin gleich oben. Hä? Nein! Oh, kack. Ich hab mich... Warte, ich muss aber kurz kommen, ich hab mich gerade festgepackt. So. Dann wurdest du ins Boot zurückgeschickt, oder? Nee. So, bist du? Ich weiß nicht, wo ich gerade bin und so. Ich bin irgendwo oben, aber... Mehr weiß ich nicht. Ja, ist vielleicht einfach vom Boot aus zu wissen, woher lang es geht? Nein, gar nicht. Äh, mach mal Leuchtsignale, mach du mal. Ich bin irgendwo... Ich denke, du wirst mich nicht sehen. Ich bin hier aus... Warte mal. Ich sehe keine Leuchtsignale. Egal, ich suche mal kurz... Ach, da ist unser Schiff. Oder ist es ein anderes Schiff? Ach, da... Oh, ähm... Kommen wir zum Schiff. Das ist gleich nebenan. Ich hab gedacht, die Schiff war auf der anderen Seite. Weil ich die einmal um die Insel rüber gelaufen bin. Oh, da ist eine Schlange. Ist es eine blaue? Ich glaube, nein. Oh! Wo bist du? Am Schiff. Komm einfach mal her. Huch, das war knapp, oder? Ja. Ich weiß nicht, ist es die... Nee, das ist eine andere. So. Hol dann die andere Flasche mit, bitte. Wie kann man die wieder rausschmeißen? Gar nicht. Töte sie einfach fertig. Ich will sie verarschen. Jetzt... Oh, ja gut, ich bin bald tot. Egal, ich warte kurz. Okay, sag mir noch, in welche Richtung erst mal. Vom Boot aus. Links. Einfach links am Strand entlang. Okay. Links am Strand entlang und da müsste sich viel finden, richtig? Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. In Weine, was für eine Art von... Ding ist diese zu finden. Die ist eigentlich gleich nebenan. Warte, ich komm gleich und dann... Ah, jetzt ist es wieder Tag. Nichts. Spamierblins dafür. Toll, nein, warte. Oh, der Felix, der sieht so süß aus. Hä? Noch weiter links. Komm mit. Links kommt ein Schiff. Aber das muss es nicht unbedingt interessieren. Hier. Ach so, meine Güte. Da steht sie. Am anderen Ende der Welt. 350, immerhin. Und, ähm, kannst du mal kurz gucken, ob du die passenden Tiere hier zusammenbekommst? Gerne, aber ich glaube, das ist irrelevant. Die kommen direkt auf unser Schiff zu. Glaubst du, die schießen das ab? Ich hätte nicht fragen sollen. Na, dann geht das Schiff runter. Egal, wir haben ja noch das Scooterboot. Ja. Das war's. So, ich such mal die Schlange. Solange ich noch suchen kann. Oh, sollen wir uns auf der Insel verbarrikadieren? Na klar. Falsche Schlange. Da gibt's andere. Wirklich, da kamen die, oder? Die sind noch auf unserem Schiff. Oh, Valentin, die kommen her. Solange ich das Ding einen abliefern kann, ist alles okay. Die kommen her, Valentin. Bist du auf der Insel? Oh, wie gut. Aber bist du aktuell auf der Insel? Naja. Dann versteck dich. Geh mal. Geh mal nach oben. Komplett nach oben. Na, ich such erstmal nach einer Ammo-Schacht hier. Ja, versteck dich. Die kommen auf die Insel. Die sind auf der Insel und suchen uns. So macht Piratenspielen Spaß. Sehr gut. Also, der Schiff ist uns hier gar nicht, oder? Ja, der ist weg. Und die sind auf die Insel gekommen. Weißt du, wo man hier eine Ammo-Munitions-Box findet? Nicht unbedingt, also, eventuell, die hätten eine auf ihrem Schiff. Die sind ja gerade auf der Insel, könntest du eigentlich hin, ne? Mit dem Bug. Ähm. Und ihr Schiff einfach mal wegfahren lassen? Könntest du, könnten wir theoretisch machen. Ehrlich, ich laufe hier vorbei und sehe eine goldene Ruhe, die Stereo, irgendwas da stehen. Echt? Echt. Okay, ich, ich entferne mich von diesem Ort, bevor sie es finden. Oh. Was denn? Weil die, die hat, die, die snipern. Der ist gerade unten und snipert. Du musst aufpassen. So, das finde ich natürlich auch immer geil, wenn man sich abspricht, gell? Zwei reden. Die anderen zwei weiß man natürlich nicht, ob die auch miteinander reden. Aber das finde ich dann auch immer so, so spannend. Aber der eine weiß zumindest mal, dass ich jetzt hier oben bin. Oh, bist du das? Rennst du da unten rum? Ne, das ist der andere. Der Sniper definitiv. Ja, ja, der. Der Sniper ist tot. Ach, echt? Ich hab ihn getötet. Hab ich. Ah, schön. Oh, was war das? Das ist natürlich die Frage, weiß er, weiß sein Kamerad, dass wir hier oben sind? Ich hier oben bin? Keine Ahnung. Naja. Auf jeden Fall mal, sollte er eigentlich noch bei uns einen Chef holen, oder? Ja, theoretisch, aber praktisch? Vielleicht nicht. Bist du nach oben? Oh. Gucken wir mal, was dieses Leuchtfeld zu bieten hat. Komm, renn. Der rennt dir nach. Ist das ein Sklet, oder wer ist das? Nee, 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 das ist, ähm. Ein Spieler, oder? Ich glaub, ich weiß. Oha. Lebst du noch? Definitiv. Lebe ich noch. Ich hör's noch, ich hör's noch knallen. Bist du das? Nein, ich mach da grad nix. Hier sind die zwei, gell? Oder hier sind die zwei. Die beiden. Die zwei. Die beiden. Kommst du gerade heute nach oben? Ja, dann da rum. Wo befindest du dich da oben eigentlich? Ich bin auf der Brücke, also mit dem großen Loch. Gut, da bin ich dann unterwegs. Okay, weil hier ist es gut, da kann man nämlich entweder nach links oder nach rechts flüchten. Oh. Entweder warst du das, oder das waren gerade die anderen. Bist du das? Tod. Die sind da. Beide. Versuch mal, dir ein Schiff zu entern. Wird ein bisschen schwer. Das Geile wäre natürlich, das Geile wäre natürlich, stell dir vor, ich würde mich mit einem von denen zusammentun, und dann würden wir einen, ähm, äh, äh, äh. Geht ja nicht so recht schnell. Geht nicht so leicht, weißt du? Ich weiß, aber diese Grundidee wäre ganz geil. Mhm. Ich kehre auf jeden Fall mal zu dir, zu Quarkensfall zurück und so weiter, und wir... Und halte sie währenddessen, währenddessen ich mal kurz nach Quarkensfall zurückkehre, okay? Ach, oh, ich hatte... Eines Sachen, was ich gerade nicht bemerkt hatte... Okay, kannst du machen. Ich hatte gerade, ähm, also ich bin die ganze Zeit nach links gelaufen, ich hatte einen Finger auf der linken Tasse und hab's nicht gemerkt. Der eine hat gerade was gesprochen, ich glaube nicht, dass er deutsch ist, oder der andere, keine Ahnung. Hauptsache, es ist irgendwas, ne, Sprecher? Ich glaub schon. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht war's auch grunzen. Mhm. Gut. Oh, mein Kopf steht auch da. Also wenn du kommst, wir die besiegen, dann können wir noch, äh, hier die Schlangen weiterjagen. Und mein Kopf steht auch da. Äh, ich muss erst mal gucken, wo ich bin. Oh, das auch. Sachen muss go, bla, bla, bla. Quarkensfall da unten. Okay, ich muss nach Südosten. Hm, okay. Und natürlich ist ja Regen, hier ein Strömen. Alles ist blöd und scheiße, und klar. Ich bin jetzt wieder an der gleichen Stelle, wo ich vorhin war. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt sind. Heilige Scheiße, die rennen mir nach. Hey, 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 hey. Halt mich verstecken. Ich bin tot. Ich bin runtergesprungen. Dann wollen wir mal kurz mal denen mal ein bisschen mal die, die Hude heißen, oder? Oh ja, oh ja, Valentin, komm, wir machen denen mal richtig die Hude heißen. Ich cancel mal unseren, unseren kleinen Vertrag da und so weiter und dann machen wir den Hude heißen, oder? Ist ja schon wieder die Tür offen. Entweder hat die Tür ein Eigenleben, oder ich weiß auch nicht. Ich komme gleich nochmal wieder. Okay. Da gehe ich jetzt nochmal durch. Vor allem, ähm, wir sollten mal wirklich, äh, zwischendurch, also zuerst halt die Mission machen, gell, so wie immer, aber dann sollte man auch mal wieder so lustige Sachen machen. Einfach mal so wieder Blödsinn auf der Insel rumrennen oder so, weil wir sind jetzt knapp schon bei drei Stunden Aufnahme. Wenn ich jetzt die Sachen wegschneide, dann noch zehn Minuten, dann sind wir bei drei Stunden. So, du guck mal kurz mal auf der Karte, ob wir nach Glockens vollfahren. Oh ja, die machen wir fertig. Keine Ahnung. Also. Gib mir kurz mehr her. So, äh, Klockens voll. Da unten sind sie sehr so. Oh, das ist aber weit weg. Ja. Optimieren wir die Segel und wir machen denen mal was reißen. Jetzt geht's los. Ich will nicht mehr. Die machen wir jetzt sowas von fertig. Wo kommt der Winter? Sehr gut. Ihr sollt mal wirklich öfters also Ja, klar. Kommt keiner einfach weiterfahren. Solche Musik bräuchte man eigentlich öfters. Die ist eigentlich voll geil für Schlachten oder für Kämpfe und so. Okay. Wenn wir zum Beispiel jetzt die Leute untergehen sehen haben will, dann soll die Musik kaum abspielen oder na. The Sun can grow. Aber teilweise sind wir echt schnell unterwegs, weil ich hab irgendwie nicht so das Schnelligkeitsgefühl gerade. Jetzt mach's eine Frage. Wartest du aufregen? Wie aufregen mein ich? Na, weil du einmal gehalten hast. Das hat geregnet. Ach so. No, 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 no. Fastid. Ne. Ja, tam ist. Oh, rechts sind welche auf der Insel. Oder an der Insel, keine Ahnung. Wir fahren aber weiter, machen die anderen Blatt. Stell dir vor, wir fahren einfach vorbei. Wir spielen Musik, wir stehen auf dem Schiff, schauen die an. Und dann, wenn wir vorbeifahren, geht einfach ihr Schiff unter. Das wäre voll gut, wie es denn aussehen würde. Ist die Insel das da vorne? Nein, wir müssen sie umfahren. Ja doch, das sind sie doch. Sind das sie? Ja, schaut da, das sind die anderen, die kommen gerade aus. Oh, Valentin. Das ist ein Problem. Was? Schwing dich an die Kanonen. Warum? Nur so. Sind das die? Ja, da hast du die Hallöchen. Geile Sache. Gut, warte, ich muss erst mal unten sauber machen. Boah, das war gerade richtig geil. So was, sowas, sowas ist schön. Man sieht sich im Leben immer zweimal. Glaubst du, die drehen nochmal um? So. Boah, das war gerade richtig gut. Einmal umdrehen. Wo sind sie, das sind die hinten, richtig? Ja. Warte. An. Hallo. Mein Gott, dieses Musikinstrument. Ich will jetzt eine. Du willst die Latüre haben, richtig? Ja. Ja. Kein. Kannst du was gucken, wo wir... Wollt ich richtig? Klar, ja. Ja, ja. Weiter, jetzt geradeaus. Noch ein bisschen Steuerbord. Optimier bitte die Segel. Aber dann ist das Lied weg. Okay. Ich halte das Lied für dich. Siehst du? Äh, rechts die Leute. Nein, Mann! Wie soll man die denn optimieren? Wir fahren direkt gegen den Wind. Steuerbord, Steuerbord. Rechts sind sie. Wir werden jetzt mal richtig schön eine Mücke werden. Richtig schön neffige Mücken werden, nicht ich? Oh ja. Siehst du die? Geradeaus. Geradeaus. Komplett geradeaus. Oh, sie schießen. Oh, Valentin. Sie schießen. Oh, sie freuen sich. Oh, wie schön. Oh, wie schön. So mit dir am. With pleasure. Dann geh ich mal runter und, äh, ja, rammt die einfach. Oder? So, bitte mich, bitte, bitte. Richtung, Richtung Rack. Backport. Du bist in der Reparatur. Reparatur. Komplett Backport. Jetzt ist die Tische wieder offen. Ich werde gleich zum Monster. Hi. Die Tasse ist einfach verfehlt. Oh, sie sind, äh. Oh. Toll. Wow. Geil. Wir haben die Tasse nicht erwischt. Ich mach mal kurz die Tür zu. Und ich bin tot. In Zukunft. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab die mit dir verwechselt. Ich dachte schon, warum mach ich was? Oh, okay. Das ist ein komischer Name, ja. In Zukunft. Ich schraub die Tür zu. Ich betonier, ich betonier einfach den, das Loch zu. Warte. Okay, wir sind beide tot. Unser Schiff ist vermutlich versenkt. Irgendwann, ich will nicht mehr. Das, das nervt mich jetzt schon seit Jahrtausenden. Seit Jahrtausend. Das Schlimmste ist halt bei mir. Ist halt die Klappe. So, mal gucken, was das Schiff, was das Schiff grad hat. Ja, ist bestimmt schon weg. Ich habe zwar jetzt wieder die Tür zu gemacht, die geht bestimmt gleich wieder auf in fünf Minuten. Nee, die ist noch voll, voll funktionabel. Echt? Haben sie es repariert? Nein. Ja. Ich denke, die haben es gerade passiert, oder? So, beide tot. Schiff ist gerettet. Oh, ich hab freigeschaltet. Wir haben beide, es kommt irgendwo bei sowas. Ja. Hast du noch Verkastung bei dir? Erfolg, keine Ahnung, 15, irgendwas. Aber das Schiff lebt, Valentin, und beide sind tot. Erfolg, meine Stadt, 15, keine Ehrer unter Piraten. Töte einen Diener, wie ein Pfeil von hinten, eine Donnerbütze. Einfach, wie lange dauert es, bis du wiederkommst, weil... Bin da. Ah, kannst du dann vielleicht unten die Bretter zumachen? Äh, ja, ich hab gerade einen Brett im Momentan. Okay. Wollen wir mal deren Schiff mal richtig mal auf den Grund des Bodens, ähm, passen? Gerne. Die Frage ist nur, wo sind die? Wir haben die doch vorhin abgeschossen, gell? Und dann sind sie auf unser Schiff. Vielleicht ist denen das Schiff schon untergegangen. Ich denke, sie haben inzwischen alles repariert. Ah, okay, so schnell. Die Frage ist nur, wo sind die?